Nur du und deine Gedanken. Wie oft am Tag sind wir mit unseren Gedanken beschäftigt? Wie oft am Tag produzieren wir Gedanken? Also im Durchschnitt produziert das menschliche Gehirn pro Tag 60.000 bis 70.000 Gedanken. Von Mensch zu Mensch ist das unterschiedlich. Und von diesen Gedanken, die unser Gehirn produziert, sind so circa 7.000 bis 10.000 Gedanken wichtig. Die benötigen wir, um eben den Tag zu strukturieren. Diese Gedanken machen Sinn. Die restlichen Gedanken, also circa 50.000 bis 55.000 Gedanken, benötigen wir nicht. Aber sie werden nichtsdestotrotz trotzdem produziert. Und jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Von diesen circa 55.000 Gedanken sind 80% ständig die gleichen Gedanken. Das nennt man ständiges Grübeln. Und jetzt überlegt euch mal, stellt euch mal vor, wir hätten die Chance, einen großen Anteil dieser Gedanken, ständig wiederholende Gedanken, könnten wir ausschalten. Und hatten dazu das Potenzial mit unserem Gehirn dadurch natürlich in der Zeit, wo es nicht sinnlos grübelt, ja, zu fokussieren. Sich auf das zu fokussieren, was wir tun. Überlegt mal, wie oft diese Gedanken durch den Gedankenstrom nochmal durchgehen, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und ganz oft sind es Gedanken aus der Vergangenheit, über Dinge, die wir nachdenken, die in der Vergangenheit geschehen sind und die wir immer noch mit uns rumtragen. Oder es sind Gedanken der Zukunft, was in der Zukunft alles passieren könnte. Und immer mit Gedanken sind natürlich auch Bilder verknüpft. Und wenn in unserem Gehirn Bilder entstehen, zum Beispiel aus einer alten Situation heraus, die Bilder immer wiederholt werden, dann entstehen dadurch natürlich auch Emotionen, Gefühle. Und diese Emotionen, Gefühle sind verbunden mit was? Richtig, mit einer Hormonsekretion in unserem Gehirn. Denn das heißt, wenn wir ganz viele unnötige, ständige Grübeln-Gedanken haben aus der Vergangenheit, wo wir was Schlechtes gemacht haben, wo uns was widerfahren ist, dann haben wir die ganze Zeit ein Bilderszenario im Kopf, das uns definitiv nicht glücklich macht. Das uns definitiv Sorgen bereitet. Und zwar immer dann, wenn diese Bilder wieder kommen, diese Gedanken wieder da sind, sind wir wieder in dieser emotionalen Schleife, dass wir genau dieses Szenario, was wir ja schon mal erlebt haben, noch einmal, was Gefühle anbringt, noch einmal durchleben. Die gleiche Situation. Und ähnliche Hormonsekretion im Gehirn entsteht. Also stellt euch vor, ihr habt mal vor vielen Jahren mit einem Menschen extrem viel Ärger gehabt. Sei es geschäftig, sei es privat. Ihr habt diesen Gedanken immer noch im Kopf und dieser Gedanke lässt euch nicht los. Und stellt euch mal vor, wie es dort mal zu dieser Zeit war, wenn man sich gefühlt hat, wo man diese Gedanken gehabt hatte. Man fühlte sich nicht gut, man fühlte sich schlecht. Und genau dieses Szenario macht ihr noch mal durch, noch mal durch, noch mal durch. Und manchmal, an manchen Tagen, je nachdem, wie unsere emotionale Gefühlslage ist, machen wir das 20, 30 Mal. Jetzt stellt euch mal vor, was in unserem Gehirn dann vorgeht. Welches Szenario in unserem Gehirn abläuft und wie viel Stress in unserem Körper entsteht. Wenn jetzt viele davor sind und sagen, ja, aber mein Gott, so schlimm kann es nicht sein. Schaut mal, das ist wie bei einem Traum. Wenn wir träumen und wir wahren auf, müssen wir überlegen, war das jetzt real oder habe ich es geträumt? Das war so täuschend echt, dass die Gefühlslage exakt die gleiche ist, wie wir es tatsächlich erlebt hätten. Deswegen sind ja auch manche Träume wichtig, um Dinge, die tagsüber passiert sind, zu verarbeiten. Aber jetzt überlegt mal, wie oft wir 80% der 55.000 Gedanken sind immer wieder ständig wiederkehrende Gedanken. Wie wir unser Gehirn stressen. Welchen Stress wir unser Gehirn aussetzen. Und deswegen ist meine, meine wärmste Empfehlung für euch, euch mehrmals am Tag zwischendurch solche sogenannte Mini-Urlaubsinsel zu erlauben. Das heißt, einmal den Kopf frei zu bekommen. Einmal für 5, für 10 Minuten morgens, 5 bis 10 Uhr mittags und 10, 15 Minuten im abendlichen Bereich. Dafür zu sorgen, dass das Gehirn nicht einfach automatisiert irgendwelche Gedanken produziert, sondern, dass wir versuchen, so weit wie möglich gedankenfrei zu bleiben. Denn das sorgt dafür, dass unser Gehirn sich erholen kann. Warum soll sich unser Gehirn eigentlich erholen? Das kann doch das. Das kann doch ständig Gedanken produzieren. Natürlich kann es das, aber muss es das. Schaut mal, wenn wir ein Bizeps trainieren, eine Brust trainieren, was machen wir da? Da wissen wir ganz genau, dass wir Auszeiten, Ruhezeiten, Regenerationszeiten brauchen, damit sich das Teil erholen kann. Aber bei unserem Gehirn, das lassen wir ständig weiterarbeiten. Und was wäre denn so eine Mini-Urlaubsinsel? Ganz einfach. Das wäre, dass wir uns einfach mal mit dem Thema Meditation beschäftigen. Für Meditation gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Von der Atemmeditation, von der visuellen Unterstützung mit einer visuellen Mandala-Unterstützten-Meditation, von der geführten Meditation mit einer Stimme, mit Musik. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Hinter Meditation steckt im Hier und Jetzt bleiben. Nicht in die Zukunft gehen und nicht in der Vergangenheit verweilen, sondern im Hier und Jetzt. Und dazu konzentriert man sich zum Beispiel auf den Atem. Ich persönlich mache immer meine drei Einheiten pro Tag. Morgens in der Regel entweder vor dem Frühstück oder zwischen Frühstück. Also wenn ich um 7.00 Uhr, 6.30 Uhr frühstücke, dann irgendwann um 9.00 Uhr. Dann mittags meistens entweder vor der Mittagszeit, also vor dem Mittagessen, so 13.00 Uhr, 13.00 Uhr, 10.00 Uhr für 10 Minuten. Und abendlich nochmal so 15 Minuten, bevor ich ins Bett gehe, mache ich meine Meditationseinheit. Ich habe eine visuelle Unterstützung durch eine Mandala, die größer und kleiner wird, auf die ich mich fokussiere und die meinen Atemrhythmus vorgibt. Das heißt, tief einatmen, wenn das Mandala zu dir kommt und größer wird. Und dann, wenn es weggeht, von mir weggeht, ein kleiner wird, ausatmen. Auf die Atmung achten, beim Einatmen fühlen, wie die Atmung über die Nase nach innen geht, an den Naseninnenflügel vorbei, nach unten die Lunge. Und einfach nur im Körper bleiben, in der Atmung bleiben. Das Gleiche natürlich beim Ausatmen. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann lernt man, UNITAS zu werden. Dem Gehirn eine Auszeit zu geben. Sensationell. Das ist so spannend. Und vor allem, wenn man das mal geübt hat mit dem Atemrhythmus, dann passiert Folgendes. Nach einer gewissen Zeit habt ihr zum Beispiel einen Stressmoment. Und bei mir ist dann so automatisiert Stressmoment. Und schon bin ich runtergefahren. Und diese Mini-Urlaubsinseln, die sorgen erst mal für mehr Brainpower. Für mehr Hirnleistung. Für wenige Erschöpfungszustände. Für mehr Kreativität. Für eine höhere Resilenz, also Stress, kannst du viel besser verarbeiten. Können wir viel besser verarbeiten. Wir werden innerlich wesentlich ruhiger. Wir können mit schwierigen Situationen viel besser umgehen. Und deswegen, ihr Lieben, meine Empfehlung. Gönnt eurem Gehirn mal zwischendurch eine Auszeit. Das müssen keine zwei Stunden sein, keine drei Stunden sein. Ihr müsst deswegen nicht 14 Tage in Urlaub fahren. Sondern ihr könnt solche Dinge auf einfachste Weise über eine geführte oder musikalisch unterstützte oder wie in meinem Fall durch eine visuelle Mandala unterstützte Meditation üben. Erwartet nicht, dass ihr natürlich innerhalb von zwei, drei Tagen das könnt. Anfänglich kann es euch ganz schwer fallen, im Hier und Jetzt zu bleiben, auf die Atmung zu achten und vor allem das Gehirn gedankenfrei zu halten. Das ist Masterclass. Also wer hier rangeht mit der Erwartungshaltung, dass er das innerhalb von kurzer Zeit lernt, der hat eine Forderung, die mir der Realität nicht vereinbar ist. Auch das ist nur eine Frage der Übung. Regelmäßiges Üben, regelmäßiges Training. Das gleiche beim Bizeb, beim Trieb, bei der Brust, beim Rücken, beim Herz-Kreislauf-Training. Wer regelmäßig übt, wird besser und das gleiche gilt natürlich hier auch bei der Meditation. Eine perfekte Meditation, also komplett die Ruhe zu bewahren, komplett den Kopf frei zu halten. Das dauert. Also ich bin jetzt schon seit über einem halben Jahr an der Arbeit, das regelmäßig zu machen. Ich habe insgesamt aufgezeichnet 400, über 400, 412 oder 413 Meditationseinheiten. Und anfänglich habe ich mir da sehr schwer getan, extrem schwer habe ich mir getan. Und umso länger ich das mache, umso besser gelingt diese Meditation. Anfänglich bin ich auch manchmal fast verzweifelt, wie anstrengend es ist, den Kopf frei zu kriegen, überhaupt keine Gedanken zu haben, irgendwie in der Vergangenheit und in der Zukunft, sondern hier zu bleiben. Aber im Laufe der Zeit gelingt das immer besser. Und irgendwann kommt der Tag, wo man dann denkt, wow, ich kann heute nicht ohne meine Meditation. Das hätte ich mir am Anfang niemals denken können. Zwischenzeitlich ist es tatsächlich so, dass mein Körper mir direkte Signale gibt und sagt, so mein Freund, jetzt wird es Zeit, dass du deine nächste Meditationseinheit hast. Und ich nehme mir die Zeit, weil ich habe die Zeit. Wisst ihr auch warum? Denn auch das ist natürlich ein Mega-Investment in die gesunde Zukunft. Denn gesunde Ernährung ist ein Baustein. Regelmäßige intensive Bewegung, den Körper so zu belasten, wie die Natur es vorgesehen hat, ist ein zweiter Baustein. Und jetzt kommt der dritte Baustein, das ist der Geist. Auch der Geist, auch die geistige Fitness kann man trainieren. Und die besteht nicht nur daraus, Bücher zu lernen, die besteht nicht nur daraus, irgendwelche Techniken zu verbessern, sondern die besteht auch darin, dem Gehirn auch einmal eine Auszeit zu gönnen, bewusste Denkpausen einzulegen. Unitas des Gehirns, an nichts denken, das ganze Gehirn mal für fünf Minuten, so weit wie möglich, Gedanken freilassen. Und wenn wir Gedanken haben in dieser Zeit, das funktioniert wunderbar. Jetzt müsst ihr genau zuhören. Ich habe da eine Meditation, die durch ein visuelles Mandala unterstützt wird, in Verbindung mit einer Herzvariabilitäten-Messung. Herzvariabilitäten-Training. Herzvariabilität ist der Takt von einem Herzschlag zum anderen. Er gibt eine gewisse Zeitfenster. Und diese Zeitfenster sind nicht immer gleich, sondern die haben eine gewisse Variabilität, einen kleinen Unterschied in der Länge. Und wenn das einen schönen Rhythmus gibt, dann fühlt man sich sehr wohl und ist ihnen sehr ausgeglichen. Das kann man dann sehen am Ausschlag der Kurve, des Herzschlags, umso gleichmäßiger die laufen, umso besser ist es. Und da ist es sensationell. Wenn man diese Meditation macht mit der Verbindung, wenn man ein Ohrklipp und die Herzvariabilität misst, sieht man, wenn man Gedanken im Kopf hat, die nicht gesund sind, nicht gut sind, zum Beispiel aus der Vergangenheit oder Gedanken aus der Zukunft, dann fällt der Parameter nach unten in den roten Bereich, also in eine schlechte Herzvariabilität. Denkt man nichts, geht es nach oben in den grünen Bereich. Und gehen wir mal runter in den roten Bereich und denken dann zum Beispiel an einen Menschen, den man sehr lieb hat. An eine schöne Situation, einen schönen Gedanken im Kopf, dass man sagt, ich liege jetzt gerade am Strand. Ich habe jetzt gerade meine Frau im Arm, mein Kind im Arm. Ich habe jetzt gerade meinen Hund, den ich streichle. Geht sensationell. Geht auf einmal der Parameter von rot, von Unruhe in den Ruhezustand. Und jetzt überlegt mal, diese Macht haben wir alle. Diese Macht haben wir alle in den Händen. Dieses Werkzeug hast du. Jeder hat es. Wir benutzen es nur nicht. Ich habe es gelernt, es zu benutzen und ich kann euch nur eins sagen. Das ist meine wärmste Empfehlung für alle Menschen, die außer körperlicher Fitness sich gesund ernähren, noch on top. Noch was drauflegen wollen. Ganz klar, Meditation. Welche Art von Meditation? Da muss jeder für sich einen Weg finden, weil es einfach ganz viele unterschiedliche Methoden gibt. Für mich persönlich war dieses Herzvariabilitätentraining, auf die Atmung zu achten, über die visuelle Mandala die Atmung steuern zu lassen, die Atemzeit steuern zu lassen. Mit direktem Feedback. Aber das, was ich da tue, auch Sinn macht. Das war für mich der absolute Hack, weil davor habe ich auch schon versucht zu meditieren. Habe ich auch gemacht. Mit Musik unterstützt, ganz in Ruhe, im dunklen Raum, aufrecht sitzend, liegend. Ich habe nie so einen richtigen Zugang gefunden. Und dadurch, dass ich jetzt mit diesem Herzvariabilitätentraining trainiere und atme, habe ich immer ein direktes Feedback. Für mich, ja, du bist im grünen Bereich. Das, was du jetzt gerade tust, ist exakt richtig. Und da habe ich eine schöne Auswertung, Tagesauswertung, Wochen-, Monatsauswertung. Ich habe es schön aufgelesen, was ich getan habe. Das ist für mich persönlich die Numero Uno geworden. Was für euch die Numero Uno wird, das müsst ihr entscheiden, ausprobieren. Versucht verschiedene Meditationsmethoden aus. Nehmt euch Zeit dafür. Habt keine Angst davor. Ihr müsst da nicht im Lotus-Sitz stundenlang sitzen. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber das. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden zu meditieren. Versucht es aus. Probiert es. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr die ersten vier, sechs Wochen überstanden habt und ihr das erste Mal spürt, wie gut das tut, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo ihr sagt, das ist mein tägliches Ritual, um gesund durch den Tag zu kommen, durch die Woche, durch den Monat, durch das Jahr. Denn nichts ist besser als ein gesunder Körper und ein gesunder Geist miteinander hervorragend kommunizieren. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, ihr Lieben. Doch, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.